naja konnte ich wenigstens im part beenden so also machen wir es jetzt ganz konventionell laufen hier hoch war schon recht steil lieber schalte also macht das keine ruhe ich meine gab es irgendwo ein schatz zwischen diesen dingern weil ich zum beispiel auch machen würde wenn wir mal bei diesen sammel sachen sind ich muss hier gar nicht hoch oder ich guck mal das ist nämlich für mich so aus als müsste man aber ich meine muss nicht außer nicht hoch dafür die katz welche macht aber ich zum beispiel auch machen würde ist welch menschen soll zwei let's playen würde was nicht tun werde da würde ich nämlich auch die ganzen doch text zum beispiel sammeln das würde ich schon machen aber die soldaten in der regel nicht töten muss aber zumindest mal ausschalten muss in irgendeiner form ist halt was anderes als man jetzt hier mich jetzt mal da um ich erinnere mich an diese stelle das ist gar nicht gut ich liebe das mit den schießen so schön muss das alles sein das hört sich an einem sehr sehr großen kaliber ein bisschen angst muss ich sagen ein bisschen viel angst ja weil ich sagen wollte die soldaten die sieben man muss ja nicht suchen dass man nicht damit das so der unterschied muss jetzt mal kurz verrückt entschuldigung ich konnte es nicht mehr wagen bis zum nächsten parten oder so okay das ist ein ordentliches kaliber das ist überhaupt nicht schön was langsam nervt ganz herrlich Mann, Leute! Hallo? Danke, danke! Hui, das war cool. Bin ich blind? Ach, da! Okay. Mach mal. Alles kein Problem. Ah, ich komm ja von da nicht dran, deshalb ist er so scheiße. Waaah! Winkel, hallo. Winkel, Harry. Nein! Das war ich aber nicht. Oh, ist das kacke. Nein, nicht da, du sollst von der anderen Seite. Hallo? Hallo? Oh Gott. Ey, sag mal! Irgendwann reicht's doch mal. Jetzt geht der wahrscheinlich ganz geschützt. Das ist mir ziemlich wumpe. So, okay. Okay. Nein! Also, unser eigentlich. Ach da! Schweinchen! Leute, alles klar. In Ordnung. Gut. Ich versuche gar wieder, Nate und ich uns immer gegenseitig einfach beruhigen mit gut. Okay. In Ordnung. Ah ja. So ist das. So, kommen jetzt Gegner, wenn ich dran gehe? Kann ich überhaupt dran gehen? Das ist erstmal nicht relevant. Ich denke erstmal. Ach, ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Hm. Ich hasse so ein Spiel erst den richtigen Weg zu gehen. Ich gehe mir erst den falschen, weil ich Sachen entdecken möchte. Da ist eine Tür. Die ist aber ziemlich zuge... ...dingst aus. Gibt's hier irgendwas? Muition? Ah, oder nur... ...die 9mm. Ne, die will ich nicht. Wir können da lang, wir können da lang. Was gleich aufs Gleiche hier raus... ...läuft. Ja. Oder einfach so. Gah! Gut. Okay. Okay, 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 okay. Äh, so. Alles klar. Dann gehen wir die Treppe einfach mal hoch. Schauen wir uns mal um in der schönen Landschaft. Ach, hier ist der Schatz bestimmt irgendwo. Ich will ihn sammeln. Merkt man kaum, ne? Das kostet so viel Zeit, was ich hier grad tue. Alles ist mir wert. Ich will den Schatz haben. Ich glaube echt, ich hab's geträumt. Hallo? Äh, jetzt muss ich mich echt fragen, wo ich hier hin muss. Ich glaube, wir müssen hier rüber, irgendwie. Ist das so richtig? Hallo? Äh, ist das so... richtig? Hallo? Ne. Ähm... Ich schätze, dass wir da hin müssen. Ähm... Hallo? Ups, Entschuldigung. Oh, was ist denn los? So. Ähm... Ähm, 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 ähm... Also meinetwegen könnte es ruhig mal das L2 erscheinen. Um mir zu sagen... Hier, du musst da und da hin. Ähm... Ja, komm ich ja wieder da hin. Das ist ja Kappes. Also hier hoch ist schon mal richtig. Ist das richtig hier? Hier lang? Ja, da geht es nämlich noch eine Treppe rund... Ja, doch, doch, doch. Ich erinnere mich so ein bisschen... Ja, ist richtig. Ja, ist definitiv richtig. Eine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Ja, man weiß es nicht. Man weiß nicht, man kann nur munkeln. Gut, wir müssen wahrscheinlich durch das Fenster... ...und dann so machen. Ich bin auch gar nichts übersehen jetzt. Elena? Was zum Teufel macht sie da? Hallo? Äh... Buca Pinto! Was? Siapaini! Yitara Tijaran! Ah, Mann... Sialando! Te patan Buca Pinto! Was? Ah, dai! Es klappt! Da ist der oben! Los ans Entgegen! Nicht gut! Also wenn die alle Deutsch oder beziehungsweise Englisch sprechen... ...hat er dann die... ...die Funkmeldung auf... ...Spanisch übermittelt. Das war ein... Ach, das war ne... ...geil! Der ist ein Igel. Kann ich hier durchschießen, geht das? Klappt das, was ich vorhob? Ja, dürfte klappen. Ich hab aber relativ... ...die Aussicht fällt ziemlich mischt. Oh, das ist ein Igel. Cool. Beschränkt. Ach, scheiße, der Hund drauf. Ich mach's einfach auf die klassische Variante. Das geht. Nein, das geht nicht. Weil das Funkgerät einfach richtig doof da steht. Also der Tisch. Kein Problem. Ach, nee. Hm... So. So, ich bin auf... ...hab mir das Geschütz eingenommen wieder. Also... ...das ist eingenommen. Besetzt. Bemannt. So. Klar ist das Geschütz. Das ist natürlich sehr gut zu wissen. Die Musik ist cool. Alle tot? ich das bereuen was ich jetzt hier tu ich hoffe das war kein shot kann klar was schon und fertig gut alles klar dann können wir jetzt durch das tor marschieren noch ein paar minuten haben wir noch bevor ich aufnahme beenden weil ich mich das video direkt hochladen das wird es bis heute abend nichts mehr und ich will dass ihr dann was seht ich natürlich auch das machen können ja ist egal ich löse die sachen lieber subtil so leise ist ach jetzt gibt es den hinweis ist aber sehr nett ich muss hier rein aber ich habe so nicht drauf gekommen hallo okay ist ein bisschen zu weit weg kann ich hier runter okay bin ich erstmal geschützt gegen die schüsse das ist sehr schön ich denke nicht dass ich so kriege oder dann option b das geht hier aber so nicht ich weiß nicht so ganz weil ich gerade vor habe ich gesagt das ist ganz doof für dich als kumpel mein gott gut ich probieren geht das ich meine ich habe früher mal granaten geworfen das geht nicht ich weiß nicht richtig scheiße relativ wenig deckung was machst du ochse denn ist nicht schlimm gibt schlimmeres ich will das gerade noch machen diesem nein diesen ein paar grad zum zur aufnahme geschaut was liegt denn hier ich bin ich doof da lag nix okay kann nicht das geht nicht was ich vorhabe alles klar ich kann den typ flankieren das ist sehr schön hallo sammeln das ein sammeln das ein los ist noch was ne unter flankieren wahrscheinlich was anderes aber okay m79 das ist natürlich auch nicht so schlecht ach der ist nix ich habe ich habe die orientierung verloren ich habe die orientierung komplett verloren scheiße das ist doch ein schlechter schatz ach ich wusste gar nicht genau wo ich jetzt hänge eigentlich als ich dann gesehen habe da war es schon zu spät ach kein problem nix was das jetzt unlösbar wäre einfach nur ein bisschen dummheit ein paar erfahrungswerte sammeln seinen fehlern arbeiten seinen fehlern lernen dann klappt das auch der typ ist tot hallo kletter doch bitte einfach hoch überraschung so jetzt aber jetzt bitte keine scheiße wieder bauen genau was ich brauchte dann AK47 nehmen ja weil die 2 Schuss ich weiß ob die mir so viel bringen das wage ich halt zu bezweifeln ne granate ich weiß nicht was jetzt noch kommt ehrlich gesagt so ok sag mal die Munition nur 3 Schuss ist in Ordnung ne ich behalte die oooook hier müsste mal ein klempner vorbeischauen ähm hm 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 tja was mach ich jetzt verdammter Mist wo kommen die alle her ja es ist ne gute frage mate ich fahr mir das gleiche danke man komm schon komm Steckung raus oh scheiß 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 die flankieren mich hm hm ich glaub das würden diese Aufnahmen nix mehr hab da berechtigte Zweifel ja du bist tot boah gut jetzt noch dich wenn ich dich noch treffen dann ist super ja super alles klar genau da ist du die alle da 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 verdammt nochmal hänner da was machst du denn da boah es gibt mir so oft die Eier mit dem von Deckung zu Deckung springen ok er hat keine Chance Da ist er! So Puh Wir können wissen alle, dass ich das noch nicht war Verdammt Shit, 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 shit Pff, nein, ich bin nicht angespannt, nein So Ah, Schweinchen, ne? Wir treffen auch mal ganz nett So war's das jetzt Also umzingelt werden ist überhaupt nichts für mich Boah Das war knapp Aber wenn zwei... Was ist dein Ernst? Erstmal die falsche Waffe Oh oh Scheiße Jawoll Jawoll Puh Ich hätte jetzt rumlaufen können, eine Waffe suchen, aber es war mir echt zu heiß jetzt So, ich werde jetzt den nächsten Abschnitt mit drehen, dann werde ich die Aufnahme beenden Und wie gesagt noch rechtzeitig das Video hochladen zu können heute Abend Weil es dauert ja bei mir ein bisschen länger, das wisst ihr ja mittlerweile Ähm Ich hätte jetzt gern mal von euch einen Shotgun erhalten Ihr beiden Vögel Nö Nee Hm, hm Gut, die OC muss... Die muss es erstmal tun Warum kann ich hier nicht hoch? Kann ich hier hoch? Ähm Kann ich hier hoch? Kann ich irgendwo hoch? Hallo? Äh Nein, das ist ein bisschen zu hoch Das ist mir zu hoch Hm 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 Ich werde jetzt mal wissen, wo ich hin muss, bevor ich hier auf einer Bände Oder so Geht das, was ich vorhabe? Ja, es geht Es geht, es geht, es geht, es geht So Jetzt müssen wir heute das Ding betätigen, ja Oder? Oder kaputt schießen Kann das sein? Ah, das kann nicht sein Hallo? Ah, okay So, alles klärchen, mein Headset hängt auf Halb 8 Das bedeutet, ich wähle jetzt die Aufnahme Ben an dieser Stelle Ich bedanke Ich bedanke mich bei euch recht herzlich für euer Interesse Ich hoffe, ihr bleibt dabei Und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid Und bei Anregungen, Verbesserungsvorschlägen, etc. Bitte kommentieren Gut, vielen Dank und bis dann Tschüssi! 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 Vielen Dank.